Lockingham. Ja, mein Lord. Die Krone. Mal los. Guten Morgen. Ich hab lange geschlafen, aber ich bin sicher, dass meine Abwesenheit keinen großen Plan vernachlässigt, der in meiner Anwesenheit hätte geschlossen werden können. Buckingham auf ein Wort. Ich kenne tatsächlich einen unzufriedenen Edelmann, dessen stolzer Sinn nicht zu seinen bescheidenen Mitteln passt. Gold wiegt so viel wie 20 Reden und wird ihn gewiss zu allem bringen. Du singst ein süßes Lied. Komm her. Geh bei diesem Zeichen. Ja. Ihre Brüder umbringen und dann sie heiraten. Es ist beschlossen. Tränenvergießendes Mitleid wohnt nicht in diesem Auge. Oh, blutiger Richard. Beklagenswertes England. Ja, dann schlägt mir den Kopf ab und tragt ihn zu ihm. Die lachen auch über mich, die bald selbst tot sein werden. Gerade jetzt, da meine Feinde am Boden liegen, muss ich umso härter auf sie niederfahren. Hier am I. Caliphate the deep church, E.D.M. Nein, 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 nein. Ach. 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 Dann sind eure Augen Zeugen dieser Übeltat. Ach. Denn Herr Edwards Frau, diese Hexe war es, die mit ihren Hexereien, hat mich so verhext. Ach. 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 Ach.